Aus der Traum. Doch kein Energiegeld für alle Rentner zum 1. Dezember 2022. Das dritte Entlastungspaket wird blockiert. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Eine Anfrage, die auf Rentenbescheid24.de einkam zum Thema Energiepreispauschale, die mich aufhorchen ließ. Ich habe im Internet gelesen, dass es am 1.12.2022 nicht mehr zur Zahlung der 300 Euro Energiegeld für Rentner kommen soll. Es gibt Streit über die Finanzierung des dritten Entlastungspakets. Alle Rentner sollen ja zum 1. Dezember 2022 die 300 Euro Energiepreispauschale erhalten. Nun soll diese Pauschale wohl vom Tisch sein, weil die Bundesländer gegen das dritte Entlastungspaket vorgehen. Sie wollen es im Bundesrat blockieren. Stimmt das? Nein, so einfach kann man das natürlich nicht sagen. Die Energiepreispauschale als solche sehe ich persönlich nicht in Gefahr. In Gefahr ist möglicherweise in der Tat wirklich der Auszahlungstermin zum 1. Dezember 2022. Denn die Bundesländer wollen im Bundesrat Teile des dritten Entlastungspakets blockieren. Und damit kann es möglicherweise wirklich dazu kommen, dass der Auszahlungstermin zum 1. Dezember in Gefahr ist. Von den gut 65 Milliarden Euro, die das dritte Entlastungspaket umfasst ist, sollen die Länder 19 Milliarden Euro zahlen. Das hat sie wohl ziemlich kalt erwischt. Es geht praktisch um die Verteilungskämpfe innerhalb vom Wohngeld, der kalten Progression, Kindergeld und Kinderzuschlag. Der Bund hat wohl hier seine Rechnung ohne den Wirt gemacht, so der Vorwurf der Länder. Diese sind ungefragt mit 19 Milliarden Euro Zusatzkosten durch das dritte Entlastungspaket belastet worden. Geld, was die Bundesländer nicht haben. Daher die mögliche Blockade im Bundesrat durch die Bundesländer. Ich sage, keine politischen Spielchen auf Kosten der Millionen Rentnerinnen und Rentner. Diese brauchen die 300 Euro Energiegeld dringend. Der 1.12.2022 ist aus meiner Sicht schon viel zu spät als Auszahlungstermin. Dieser Termin muss gehalten werden. Noch eins als Hinweis. Die Bundesländer haben keine Gesetzgebungskompetenz in Sachen Energiepreispauschale. Das ist allein Sache des Bundes. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.